Heute ist Donnerstag und wir machen eine gemütliche, leichte Mountainbike-Tour. Es kann sich aber jederzeit ändern, dass es ein bisschen schwieriger wird und wir uns wieder was ausdenken und es in Situationen bringen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Ich habe schon so Pläne. Du hast schon so Pläne? Ja, ich habe schon so Pläne. Und es ist regnerisch. Es hat heute Nacht, gestern Abend ja schon gewittert bei der Wanderung. Und heute Nacht hat es gewittert und ich hatte so einen Schiss in diesem Dachzeil. Aber der Retter war nah. Du hast mich gerettet vor dem Gewitter. Nein, das war ein Kindergewitter und das war überhaupt nicht gefährlich. Also ich fand es gruselig. Aber es ist schön, im Regen in diesem Dachzeil zu liegen. Und jetzt sind wir hier an dem Bach. Wir sind der Leusach gefolgt und sind jetzt an diesem Gebirgsbach. Und hinter mir ist ein Grenzfluss Deutschland-Österreich. Ein riesen Steinmännchen. Das ist echt ein riesen Kerl. Man hat heute Morgen schon fünf Brötchen gegessen, dieses dicke Steinmännchen. Und ich auch einen ganzen Haufen Brötchen. Wir genießen den Urlaub, das sich zu einer Art Trainingswoche entpuppt, weil wir jeden Tag unterwegs sind. Aber irgendwann spürt man die Schmerzen in den Wagen und in den oberen Schirnkeln nicht mehr. Der Körper akklimatisiert sich an die Belastung. So, jetzt stromen wir hier ein bisschen an dem Bachlauf rum. Ich finde es ja immer toll, wenn diese Felser da, diese ausgewitterten, weiß von der Sonne und von Wasser ausgewaschenen Stöcke. Das finde ich toll. Irre. Da könnte ich schon den ganzen Tag verbringen. Saftige, grüne Wiesen hier. Alles Naturschutzgebiet, aber Weidebetrieb. So, Lucky navigiert. 15 Minuten zum Plansee. Da lang. Irre Abfahrt. Das wird schön. Ach, hier ist der Plansee. Absolute Idylle. Normal wird hier viel gebadet, aber weil es heute geregnet hat, sind die Leute nicht da. Meinst du, das ist der Grund? Sind die weggeregnet? Weggeregnet. Nur die Enten sind da. Und wir zwei. Und wir hängen hier auf der Bank rum. Wir haben gerade Schweinebraten gegessen. Die haben die Arterien vollgeglockt mit Fett. 15. Österreichische Schweinebraten. Und ein paar hat gekocht. Ja, ja. Nee, haben wir nicht. Jetzt gibt es gleich. Wurzen. Damit es uns besser geht, trinken wir jetzt noch einen Schnaps. Räucherwurzen. Kaminwurzen. Kaminwurzen. Räucherwurzen gibt es auch. Da hinten ist ein Gipfel in der Wolke. Da ist ein Gipfel. Da unten ist ein Camping. Und da hinten, da bin ich hochgewandert. Ich bin nicht nur um den Blansee, sondern auch um den Heiterwangersee. Das war echt toll. Das habe ich ganz allein gemacht. Immer noch stolz auf mich. Der See ist toll. So, und hier am Seeufer. Ich bin auf den Treibholz, so lange der weiter rangeht. Und das Wasser ist total klar. Nicht mal so arg kalt. Ich bin weg. Ich bin weg. Wir haben wahrscheinlich hier an dem Land dabei einen Stall. Untertitelung. BR 2018